Christoph Meinecke, Bürgermeister in Wenningsen bei Hannover. Wie hat das Internet die Art und Weise verändert, wie Sie arbeiten, leben, mit Ihren Bürgern kommunizieren? Die Bürger sind wesentlich neugieriger geworden. Das Internet ist ein neuer Kommunikationskanal und die Bürger suchen über Suchmaschinen, über die Gemeinde-Homepage, aber auch auf den persönlichen Seiten eines Bürgermeisters nach Informationen, die sie nutzen können in ihrem realen sozialen Umfeld, zum Beispiel bei uns in Wenningsen. Und jetzt haben Sie ein eigenes Blog eröffnet? Ich habe mir vorgenommen, den Bürger auch direkt und unmittelbar über meine Arbeit zu informieren, weil es immer wieder die Frage gibt, was macht ein Bürgermeister eigentlich den ganzen Tag? Und so habe ich mir die Internetseite www.bürgermeisterblog.de reserviert und seit zwei Wochen informiere ich regelmäßig meine Bürger darüber, was ich in meinem Alltag und an den Wochenenden bei den Terminen für die Bürger tue. Und was war so der letzte Eintrag? Der letzte Eintrag war die beste Nachricht eigentlich seit langem, dass es uns in der Gemeinde Wenningsen im vergangenen Jahr gelungen ist, erstmals ein Plus zu erwirtschaften und wir damit unseren horrenden Schuldenstand etwas nach unten drücken konnten. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.